Okay, Leute, es geht weiter. Diese Tür kann mich mal. Die Tür kann mich trotzdem nochmal. Okay. Ich hab endlich rausgefunden. Danke, feine Messenger, dass du es geletsplägt hast. Verdammte Kacke, komm jetzt. Entscheid dich mal, was du machen willst. Was zur Hölle machst du da? Was zur Hölle machst du da? Sabern können Schildkröten fliegen. Sabern können die das? Sabern kannst du das? Sabern kannst du fliegen. Okay, Schildkröten kann immer schon fliegen. Kompass sind die besten Beispiele dafür. Level geschafft. Puh auf dein Gesicht. Was zur Hölle? Ja, speichern. Endlich hab ich die Kacke geschafft. Okay, Puzzletchen. Setze die richtigen drei. Ja, komm so. Blume. Ach, komm. Ja, okay. Nur den oberen Teil hab ich noch reingekackt. Scheiß drauf. Wo komm ich da denn hin? Wo komm ich da denn hin? Guck mir mal. Gehst du da rein? Dankeschön. Wo zur Hölle bin ich? Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Okay, da lande ich da hin. So, okay. Also das ist ein großes Level. Da komm ich bestimmt. Warte, die andere Seite. Okay. Da geh ich hier hin. Ach, bitte. Sei nicht so böse. Keine Riesenfische, bitte. Mit dicken Hasenzahnen vor ihren Gesichtern. Ach, komm. Kacke. Ähm. Dämlich. Dämlich von mir. Ichob mir. Okay, Glück gehabt. Ich wünschte, ihr könnt jetzt fliegen. Da wär ich längst über den Weg geflogen. Döööööööööööööööööööööön. Weg mit euch. Was zur Hölle? Hä? Er kackt seine eigene Kinder raus? Was ist das für eine Mutter? Oder ein Vater? Oder was ist das auch darstellen soll? Ihr werft seine kleine Armee runter. Okay. Rabenvater, number one. Ach du Kacke, er kackt seine eigenen Kinder raus. Das ist bestimmt die Mutter gewesen, die ich gerade abgeschlossen habe. Oh, scheiße, Lakito. Egal, jetzt habe ich das da. Nee, Lakito habe ich getötet. Just what I needed. Ah, Kacke. Ja, diese Kumbas heutzutage kacken ihre eigenen Kinder raus. Was ist los mit dir? Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass du deine Kinder schätzen sollst? Was zur Hölle? Wieso kann ich nicht darüber? Okay, dann mache ich das so. Okay. Ach du heilige Kacke. Oh nein, nicht dieser komische Chinesenfisch. Kein Bock auf den Chinesenfisch. Oh, puh, puh, puh. Oh. Wann kann man diese Torhammer-Hang eigentlich benutzen, verdammte Kacke? Oh, ich hatte keinen Bock auf den Chinesenfisch. Kein Bock auf den Chinesenfisch mit dem dicken Hasenzahn vor seinem Gesicht. Ähm. Ach, scheiß drauf. Ich schäle jetzt mein Leben und versuche jetzt irgendwie durchzukommen. Ohne Schwierigkeiten, hoffe ich mal. Verdammt. Ich spüre einen Tintenfisch in meiner Nähe. Vielleicht ist es auch Einbildung, aber... Okay. Auch ein Fisch? Hä? Ach so, man kann auch darüber. Okay. Muss ich da rein? Lauf, 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 lauf. Schwimmen und erleben. Schwimmen und erleben. Boah. Scheiß Tintenfisch. Was zur Hölle? Hä? Was soll das? Äh, keine Ahnung. Egal, ein Leben dazu. Zurück. Yeah, ein Leben dazu. Und dann geschehen. Och, komm. Willst du mich verarschen? Ich kann da nicht hin, oder was? Okay, dann mache ich es so. Und die sechste Welt. Oh, nein. Nein. Ach, du heilige Kacke. Ach, du heilige Kacke. Ach, du heilige Mutter Teresa. Äh, Teresa. Okay. Was macht ein blauer Block hier in der Nähe? Das heißt, sowieso nichts Gutes. Ähm, okay. Ach, du heilige Kacke. Ach, du bitte Kacke. Bitte, komm, das Ende. Ich habe keinen Bock mehr. Ach, du heilige Kacke. Einer von denen ist böse. Einer von denen ist böse. Okay, keiner ist böse. Ich bin noch paranoid. Okay. Ich bin noch paranoid. Das ist nicht schlimm. Das ist fast jeder. Alles geschafft. Juhu. Oh, boah. Verschluckt. Ach, geschafft. Okay, jetzt geht es wieder flüssig bei mir. Yeah. Flüssig, flüssig. Gut, gut. Wie zur Hölle soll ich da... Ach, leck mich am Sack. Ach, leck mich am Sack. Was ist das denn? Decke. Ach. Okay. Boah, wie... Sie hätten mir das einmal zeigen können. Dann hätte ich mir das auch locker gemerkt. Aber nein, die zeigen nicht mal das. Ach, solche älgende Kacke. Was bist du für einer? Die kenne ich gar nicht. Was bist du... Was seid ihr für Teile? Warte, die erinnern mich an ein böses Spiel. Aber ja, kann ich die... Ja, komm. Ich hoffe, dass es ist nicht im Wasser. Ich hoffe, dass es ist nicht im Wasser. Oh, ho, 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 ho. Komm, ich muss irgendwie größer werden. Aber was sind das für kleine Missgestalten? Was bist du für einer? Sieht aus wie Godzilla. Aber in kleineren Visionen. Ich hab keinen Bock mehr, ich flieg hier Ach komm Ich hab keinen Bock, jetzt wieder rumzufallen Wegen kleinen Missgestalten Komm, ich bin jetzt mal ganz ruhig Und check die Lage Du heilige Kacke Der wollte eine Eisenkugel auf meinen Kopf werfen Die stehen wohl auf die harten Sachen Sein Fuß hat mir in den Arsch getreten Deswegen bin ich jetzt gerade gestorben Das ist die Erklärung deswegen Warum ich jetzt gerade gestorben bin Willst du mich verarschen, du elende Missgestalt Ja, willst du mich verarschen Leck mich, leck mich am Sack Komm, fortsetzen Ja, komm Jetzt auf einmal kann ich rüber, oder was Jetzt auf einmal kann ich rüber Der Frosch kann mir jetzt irgendwie nicht helfen Aber egal Wenigstens eine größere Form Frosch-Time Jetzt geben wir denen mal richtig eine Geh mal nach oben Ach, scheiße Ich dachte, ich stirbe wieder Yeah, ein Stern Just what I needed Hey, just what I needed Okay, der ist tot Jetzt kommen die kleinen Missgestalten Kommt her Warum gibt es euch hier eigentlich Ich sehe keinen Sinn für euch Wieso bin ich so voreilig, Leute Ach, leck mich Neun Minuten Komm, das will ich doch in diesem Pod schaffen Dieses verfickte Level Komm Und ich habe am Anfang noch gesagt Das ist ein Easy-Spiel Ba-bam-bam-bam Gott hat mich Eines Besseren gelehrt Oh, Kacke Scheiße, war nervös Wie seid ihr denn drauf, ihr elende Kacke Ja, Feuer kann durch Stein gehen Ist klar Ach, du Kacke Komm Die sind echt auf Hardcore-Trip hier Ich muss größer sein Okay Okay Den Stern benutze ich jetzt Jetzt seid ihr tot, ihr elende Missgestalten Kommt her Ich bin der dümmste Spieler aller Zeiten Okay, ganz Wir machen das einfach ganz simpel Ganz, ganz simpel Fick dich Oh, boah Mir fällt nichts mehr ein Außer ich bin dämlich Okay Ich habe eine gute Idee Ich will mir einen Pilz Oder irgendwas anderes Was mir helfen kann Komm Ja, ich suche mir einen Schatz aus Wieso denn Frosch? Ja, okay, komm Jetzt habe ich einen Frosch Wenigstens etwas Jetzt komm Wieso? Ey, so kleine Welten noch Und ich sterbe bei solchen kleinen Missgestalten Ich bin echt schlecht Ich bin echt schlecht Wieso? Hier muss irgendwas geben Sonst Ich sehe kein Ach, Mann Okay, weiter Kleine Störung gehabt Aber ist ja nichts Neues bei mir Wieso gibt es hier keine Pilze? Ach, Kacke So, weg Yeah Ja Jetzt kommt meine Rache Ja Du kleine Missgeburt Konntest mich Also auch noch nicht treffen Okay Gut 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 Sehr, sehr gut Hä, wo ist das Königreich hier? Okay Let's go Oh nein Kein Unterwesterlevel Bitte nicht Ach, nein Fängt schon sehr gut an Ähm Fischi Schwimm mal weiter Jetzt seid ihr dran Okay Okay, geschafft Kommt jetzt der Boss Irgendwie denke ich schon Dass der Boss bald kommt Weil das Ein kurz Was seid ihr für Teile? Was sind das für Teile? Haben die Haben sich die Boos mit den Wetten verschmolzen Oder was? Ach du Kacke Wo zur Hölle bin ich? Oh nein Irgendwas Böses Wartet auf mich hier Komm mal her Komm mal her So, danke Jetzt fliegt er wieder rum Mach einen auf Düsenjet So Und Puh Auf dein Gesicht Oh 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 Wartet Komm Ich versuche den jetzt in diesem Part noch zu besiegen Komm Das schaffe ich Das ist eine Kleinigkeit Der ist ein kleiner Sposti Den ich schnell besiegen kann Ich muss nur einmal Ich muss nur groß sein Okay Alles klar Ist klar Kommst wieder Dankeschön Wenigstens dass das funktioniert Oh Jetzt kommen diese kleinen Missgestalten Von Boos Wie soll man die ausweichen? Wie soll man die ausweichen? Verdammt Ah Okay Oh Knapp Knapp Verdammt Egal Komm Komm Nochmal 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 Scheiße Er muss langsamer werden So Jetzt fliegt wieder rum wie ein Düsenjet So Komm Komm Verdammt Jetzt muss er wieder rumfliegen Mir fällt kein passendes Wort dafür Und auch so Fick dich ins Knie Okay wir sehen uns im nächsten Part Da bin ich beim Boss Deine Ja Dinn Deine Dinn Dinn